Hallo zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Beim letzten Video habe ich ja ein bisschen darüber geredet, wie man die Tiere beschäftigen kann. Und da möchte ich tatsächlich ansetzen und weitermachen. Also das wird jetzt quasi Part 2 vom letzten Video. Und ihr seht es gleich hier. Die ersten Aufnahmen sind ein paar Aufnahmen meiner Glucke Alma mit ihren Küken. Dazu habe ich auch schon ein extra Video gemacht gehabt. Aber ich habe die Sequenz mit reingenommen in diesem Video. Weil besonders bei Glucken, wenn man sie nicht in der Gruppe lassen kann, sondern separiert, kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man merkt, man muss sie beschäftigen, weil der Platz viel zu klein ist. Und da eignet sich das echt super gut, wenn man denen einfach jeden Tag irgendeine andere Ecke des Gartens zeigt. Oder je nachdem, wie deine Gegebenheiten sind, dann kann die Glucke den Kleinen ganz viel zeigen. Und es sorgt für ganz viel Abwechslung. Und die Tiere freuen sich. Und ihr seht das auch bei Alma. Sie schart total gerne. Zeigt dann den Kleinen irgendwelche Ameisen oder Würmer. Und das ist immer herzallerliebst anzusehen. Bei meinen großen... Okay, das sind jetzt Zwerghühne. Aber bei meinen erwachsenen Tieren mache ich das zum Beispiel auch ganz gerne. Meine Tiere haben ja alle feste Gehege. Aber wenn ich im Garten bin, dann lasse ich sie gerne entweder alle raus oder in den verschiedenen Gruppen. Und dann genießen sie das auch immer, wenn sie etwas anderes sehen können. Und tatsächlich laufen sie besonders gern immer in die Gemüsebeete, um dort Salat oder ähnliches zu klauen. Das ist so ein richtiger Klassiker. Was man aber auch machen kann, wenn ihr beispielsweise wie ich so eine Fläche habt, wo Unkraut wächst, dann könnt ihr das auch bewusst absperren und dort die Tiere das Grünzeug wegpicken lassen. Oder das Beikraut, Unkraut, wie man es auch immer schimpfen will. Ich habe euch im letzten Video gezeigt, dass ihr Laub den Tieren ins Gehege bringen könnt, um dort Leckerlis zu verstecken. Und im Sommer könnt ihr das natürlich einfach mit Rasenschnitt machen. Ihr seht hier jetzt vorne meine Perlhühner. Die lieben das natürlich... Also zum einen picken sie natürlich den Rasenschnitt, aber zum anderen mögen sie es auch einfach da zu scharen und zu gucken, was sich da drin versteckt. Und ab und zu verstecke ich eben auch wie beim Laub einfach Leckerlis da mit drin. Und deswegen, da hat man sie... Oder da oder somit bekommt man sie immer sehr gut beschäftigt. Und ihr seht das hier. Die waren ganz schön neugierig, warum ich sie denn gefilmt habe. Ich mag solche Aufnahmen ja immer richtig gerne, wenn sie in die Kameras gucken. Ich finde das immer richtig goldig. Ach ja. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ich hoffe ihr auch. Deswegen habe ich die Szenen einfach mal im Video gelassen. Und hier seht ihr das, man kann das natürlich auch im Stall machen, ins Einstreu. Vor allem auch bei Stallpflicht. Wenn man gar nicht die Tiere draußen beschäftigen kann, dann kann man natürlich auch im Stall ins Einstreu irgendwie Leckerlis geben. Oder in dem Fall gab es ein paar alte Äpfel, die ich den Tieren gegeben habe. Da können sie dann eben auch dran rumpicken und suchen. Und das lieben sie auch total gerne. Man kann aber auch, das zeige ich euch in der nächsten Video, aber auch einfach Schnitt. Hier in dem Fall war das jetzt Weidenschnitt. Oder wenn ihr Bambus habt oder irgendwelche Obstbäume, dann könnt ihr das auch den Tieren geben, damit sie das picken können. Oder auch einfach nur ein bisschen gucken können. Also für Beschäftigung sorgt das auf jeden Fall. Oder bei den Wachteln gebe ich ihnen ganz gerne entweder immer so ein paar Kräuter oder in dem Fall einfach ein paar Grasbüschel mit Erde und Wurzeln. Und dann können sie in den Wurzeln ein paar Ameisen picken und die Erde wegscharren. Und das finden sie auch immer total gut. Da sind sie total neugierig. Das gefällt ihnen sehr. Oder auch mit lebendigen Larven könnt ihr arbeiten. Das ist natürlich ein tierisches Protein, was ihnen sehr gut tut. Und die krabbeln natürlich auch noch ein bisschen weg. Also das ist für die Neugiere der Tiere natürlich auf jeden Fall der Wahnsinn. Und sie mögen es natürlich auch einfach sehr gerne. Und was natürlich immer funktioniert, ist natürlich Ablenkung, Beschäftigung mithilfe von Fressen. Da seht ihr ja, ich habe ja auch ein ganzes Video dazu gemacht, wie ihr den Tieren beispielsweise Kürbis schmackhaft machen könnt, wenn sie das noch nicht kennen. Daraus kennt ihr auch schon die Sequenz. Die habe ich einfach aus dem Video recycelt. Und das funktioniert eigentlich mit fast allen Gemüse. Also hier ist das zum Beispiel jetzt Futterrübe. Ich baue tatsächlich, das kann ich euch im Frühjahr auch zeigen. Ich habe einen extra Gemüsegarten für die Wachteln und Hühner. Und da baue ich ganz viele Futterpflanzen an. Da eben auch die Futterrübe, die ihr hier jetzt seht. Oder nee, Futterkohl war das. Entschuldigung, gar nicht Futterrübe, sondern Futterkohl haben die Tiere da bekommen. Und das baue ich dort alles an und das ist richtig praktisch. Kann ich euch auch empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.